Oh, meine Deckung geht langsam kaputt. Oh, ich kann durch die Deckung schießen. Happy. Okay, so weit, so gut. Okay. Und die nächste Welle. Oh, fuck. Der Anwärter kommt gar nicht gut. Moment. Mach ich das am besten von außen irgendwie? Müssen die auch rum. Dünner Lady schon. Kein Problem. Richtig einen schönen Schuss in den Kopf. Piu, das war's. Ja, wirklich. Welle, könnte ja hier schließlich auch drauf gehen. Ein Headshot. Ja. Gesessen. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Könnten wir einen Granatenwerfer nehmen. Warum nicht? 16 Schuss. Wow. Boom. Oh Gott, geht um die Deckung. Oh, daneben. Oh. Gegen den Kopf. Oh, ich kann zwischen Kugel und Granaten unterscheiden. Cool. Da können wir beides verwenden. Granatenwerfer ist aber super badass. Das ist einfach genial, wenn wir von der Granate am Kopf getroffen wurden und dann explodiert sie erst. Oh, jetzt kommen viele. Gut, dass ich einen Granatenwerfer aufgehoben habe. Statue. Äh. 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 Ich hab jetzt alles in die Luft. Äh. 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 Wunderbar. Oh. Äh. Fünf sogar. Chuk, ich bin der größte, ich bin der größte. Ich bin der größte, ich bin der größte. Ich sage, ich sollte der Herrmann sein. Vielleicht ist es temporär. Wir sollten mit... Warte! Wir müssen eine richtige Wahl. Das ist die Weise, die es immer gemacht hat. Das ist der Sanon-Yi Code. Ha! Du, eine Frau, mit dem Code. Du solltest niemals sein. Aber ich war. Und meine Beitrag zu dieser Organisation ist sehr wichtig. Mit Respekt. Und ich muss mit Frau Zhang agree. Wir müssen die Stabilität und Ordnung. Und das bedeutet, dass wir klar sein. Wir sollten unsere Tradition folgen. Unsere Tradition? Du bist nur bei Sanon-Yi für eine kurze Zeit. Was wissen Sie über unsere Tradition? Nichts, Frau Zhang und Frau Shen sind richtig. Okay. Wir haben die fucking Wahl. Aber ich wünsche euch hier und jetzt. Werden jemanden außer mir, der Herrmann, der Herrmann sein wird für Sanon-Yi für Sanon-Yi. Jeder hat ein Viertel. Unsere Tradition ermöglicht. Unsere Tradition! Ricky! Sau! Oh mein Gott! Jetzt haben wir noch mehr Feinde! Der spielt sich auf. Das zeigt schon, dass der kein guter, führender Kämpfer ist. Er will nur Macht. Mehr nicht. Aber ne traurige Stimmung jetzt. Mann, Mann, Mann! Fahrzeug zerstört. Im Schlaf. Respekt, Way. Okay. Hier läuft irgendwas Großes. Kommt so schnell wie möglich nach Northpoint. Schon unterwegs. Bevor wir das machen, gegen Statuen abliefern. Haben eine Menge davon. Das Essen brauche ich nicht. Hier geht es wieder raus. Nehmen wir direkt ein Auto mit. Das Auto ist sowieso immer schneller als mein Motorrad. Moment. Ich fahre hier wieder einfach los. Gar nicht so weit. Moment. Keinfach geradeaus fahren. Manchmal ist der Weg einfach komisch. Tja, das passiert, wenn man Motorrad fährt. Woops. Wir hätten eigentlich ein Taxi nehmen können. Geht uns immer schneller. So. Wieso macht er das? Ich halte Y gedrückt. Gut, dahinter haben wir noch ein Taxi. Das nervt vielleicht. Taxi nehmen. Moment. Andere Seite. Geht doch. Ich verstehe nicht, warum das manchmal nicht geht. Ganz merkwürdig. Sauber. Und von da aus können wir direkt zum Auftrag kommen. Perfect. Na ja, lass mich hier raus. Haben wir ihn wieder und die Statuen zu bringen. Zwei oder drei. Der Monkey. Der Monkey. Danke. Danke. Danke für die Statuen. Es sieht, dass sie alle wieder zurückkommen sind. Vielleicht war das ihr Besten von Anfang. Was macht das? Oh, ich habe keine Worte. Du zurück in Hongkong. Das wird viele Besten. Nicht nur deine eigenen. Ja? Sicher. Das ist warum du in der ersten Platz kam. Vielleicht wollte ich zurück. Vielleicht. Vielleicht habe ich versucht, Sehr weise Worte, mal wieder, vom Sensei. What would you like to learn? Das ist eine gute Frage. Wir haben hier den doppelten Sprungkick, den können wir lernen. Da müssen wir gleich nochmal zweimal reinlaufen. Wir müssen ja sprinten. Oh, nett. Boah, das ist genial. Leicht auszufüllen und leicht zu merken, vor allen Dingen. Jetzt kommen die. Oh, dagegen haben die keine Chance. Oh, ich kann sogar einen anderen da mittreffen. Wo ist der geflogen? Ja, kommen gleich sofort wieder rein. Doppelter Sprungkick. Was haben wir denn jetzt? Okay, die obere Leiste haben wir jetzt komplett voll. Nimm die untere. Die beiden habe ich sogar schon. Ein Entwaffnungsangriff. Sprinten. Tackling. Oh, reicht, wenn ich nun Tackling mache. Oh, wow. Boah. Oh, yeah. Gut, entwaffnen wir die mal. Nein, rennen. Genau so. So muss es sein. Okay, ich glaube, wir haben sogar noch eine Statue. Ich weiß gar nicht, wie viele wir eigentlich haben. Na, habe ich noch eine? Yep. Ich habe eine von Ihren Statuen gefunden. Rabbit. Willkommen, wie Sie. Sie sehen nicht gut, Wei. Ist alles alles gut? Nein, Sifu. Was hast du damit gemacht? Es ist das, was es ist. Also, wenn Ihre Püncher sind schrecklich, das bedeutet, Sie sind schrecklich? Oder ist es wahr, dass durch die Praxis und die Konzentration, Sie können sich verändern? Some problems are harder to solve than a weak punch, Sifu. Watch my students for a minute. You may change your mind. Hm. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. What would you like to learn? Grifffinisher. Ein Upgrade müsst ihr nur haben. Einfach nur halten neben ihm. Oh, yeah. Genial. Schön die Scheiße aus dem Kopf prügeln. Grifffinisher. Ich hält doch B. Ich mache das Ganze nicht falsch anscheinend. Oder auch nicht. Ich hatte doch diesen... Wow. Ich hatte doch diesen Betäubungskick. Genau das. Gut kombiniert. So geil. Okay. Eine Statue müssen wir noch haben. Okay. Ist jetzt hier eine Mission? Hä? Grifffinisher. Ja. Rede mit einem der Schläger, um das Training zu starten. Hm, nee. Training ist mir relativ egal. Okay, jetzt sind wir da draußen. Das Taxi steht ja hier noch. Aber da ist keiner drin. Okay. Hol uns mal ein neues. Perfekt. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, wo das ist. Also, immer die Wegmarke aktivieren. Ich bin's. Ich bin's. Uhuuu. Hehehe. Uhuuu. Aber wir haben auch schon. Das ist der wieder verarschlich. ja. Boah, den machen wir fertig. Den entwaffnen wir erstmal sofort. Natürlich mehrere. Na fuck. Komm her. Er ist nicht entwaffnet. Oh yeah, die Eier. Sauber ausgenockt. Gib mir mal das Messer. Die Sache doch viel leichter. Auf der immer das Messer weg. Wunderbar.